So, dann kann ich jetzt auch gleich nicht mehr... Nein! Bitte! Oh Gott, Alter! Es ist immer so klar, dass die immer auf mich drauf gehen! Bin ich mir doof einfach. Ich bin richtig dumm. Ich wusste, dass es passiert, aber ich hab irgendwie gedacht, die sind dumm. Ich dachte ohne Scheiß, die sind dumm, ne? Aber... Wir können be fine! Hey und willkommen in einer weiteren Runde Minecraft Bad Wars. Und ja, mit dabei ist keiner. Und zwar spiele ich jetzt einfach mit wildfremden Leuten. Ich kenne die alle nicht. Ich versuche jetzt einfach, mein Glück mit denen mal zu spielen. Ich hoffe, die Runde wird jetzt nicht so übertrieben lang. Weil wenn man halt so mit Leuten spricht, mit Teamspeak, dann kann man halt besser organisieren und so. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt besser klappt mit irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Ähm, ja, gut. So, ich mach mal ganz schnell hier. Zack. Gibt's vielleicht irgendwas? Oh, da. Ich fahre mal ganz schnell. Geht die ihm zur Mitte. So. So, ich hoffe, ich bin der Erste, der da gleich ankommt. Okay. Ich hoffe, man hört jetzt die Geräusche von draußen nicht, weil die sind unnötig einfach, ne? Ich kenne diese Leute, die haben so ein Auto und da kommen so, buuuuuh, diese richtig komischen Geräusche, ey. Das ist richtig unnötig. Die wollen alle nur cool sein. Aber ich bin doch cooler als die anderen. Nicht was. Schreibt mal alle Hashtag Kadex ist cooler als die anderen in die Kommentare. Einfach nur Kadex ist cooler als die anderen, ja? Einfach nur Kadex... Also Hashtag Kadex ist cooler als die anderen. Oh Mann. Ich zwinge euch ja fast, ey. Kann man ja gar nicht glauben. Ähm. Zack. Ja, die kommen schon. So, ich helfe mal, mein Freund hier. Ähm. So, zwei Goldbarren. Ich versuche mir gleich auf jeden Fall erst einmal ein, ähm... So, ich werde jetzt sneaken erst mal. Und wenn der kommt... Ja, läuft. Oh Mann, ey. Der tut mir jetzt schon leid. Äh. Gab's die jetzt gerade schon? Oder? Hast du Gold? Gold. Ich kenne die Leute nicht und schreibe Bruder. Logik Kadex, ne? So. Vier Goldbarren, das reicht für einen Bogen aus. Und dann werde ich die Leute erst mal zermetzeln. So. Oh. Ganz, ganz, ganz viel Dings hier. Dingens hier. Ich sag mal Dingens. Auf jeden Fall Bronze. Hier ganz viel. Oh, ganz viel vor allem. Unser Bett wurde noch gar nicht... Ach, egal. Machen die später nochmal. So, ich kann mir jetzt noch eine Brustplatte machen. Also die Runde wird, glaube ich, echt nice. So. Und dann mache ich mir eine Brustplatte. Ein Stein... Eine Steinspitzhacke. Ein Bogen. Ja. Sehr wichtig. Zack. Zack. Essen. Sehr wichtig. Tralala. So. Ich habe leider kein Schwert. Ich brauche noch etwas Gold. Ich werde dann so machen. Ich gehe in die Mitte. Ach, komm bitte. Gold. Ne. Aber dafür Eisen. Kann man ganz schnell hier ein Goldschwert machen. Besser als gar keins. Hier packe ich mal die ganzen Linger rein. So. Ach, der ist ja von uns. Ich bin richtig verplant gerade. So. Okay. Der war noch in der Mitte. Ich habe jetzt einen Bogen. Und falls ihr jetzt gerade fragt, habt ihr, hast dein Texture Pack geändert? Ja. Ich habe mein Texture Pack geändert. Und zwar jetzt habe ich die Partikel geändert. Ich habe das Eisenschwert geändert. Das hat mir ein Abonnent geschickt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber er hat mir zum Beispiel die Partikel hier geschickt. Zum Beispiel kommt Herzen raus. Also da kommen aus den Pfeilen halt Herzen raus. Oder ein neues Eisenschwert halt. Noch cooler als die anderen. Als die anderen. Soll ich mal drauf gehen? Treffe ich den? Oh, jawohl. Wenn ihr die neuen Sounds hört, das sind halt wie gesagt die neuen Sounds von bdcraft.net. Habe ich schon in der letzten Folge gesagt, aber ich habe es irgendwie verpeilt. Keine Ahnung warum. So, wir gehen irgendwie mal rauf. Oder? Was macht der denn da? Komm einmal her. Short. Kann man das hier einbläden? Kann man? Ne, okay. Dachte ich schon. Versuch's lieber nicht. Boah, das wäre richtig fies, wenn ich da vor meinem Teampartner stehe und der die ganzen Blöcke abbaut. Abblaut. Abblaut. Ich mache mir jetzt ganz schnell ein Eisenschwert, dann gehe ich mal drauf. So, komm. Komm, komm, komm. Haben wir noch etwas Eisen? Ja, acht Stück. Machen wir jetzt hier so eine leicht gute Brustplatte. Zack, zack. Und jetzt ein Eisenschwert. Also so, die, meine Teampartner sind richtig gut. Also ich habe gerade eben eine Runde gespielt und die haben alle, die waren alle richtig geizig. Die haben die ganzen Bronze mitgenommen, sind da verreckt und dann richtig geizig alle. Aber die sind in der ganzen Ordnung. Also die geben halt, also die sind nicht so geizig und... Ah, warte. Hier. So. Was machen die denn da? Lass mal drauf gehen. Gehen. Och, ich kann euch mal gehen schreiben. Komm, bau du dich mal nach oben, ne? Ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, spring du erst mal runter. Bei dir läuft. Wenn ich den jetzt treffe, ne? So. Wir machen es extra mal so. So. Oh man, ey. Ja, genau, wenn ich aufnehme, ne? Muss der natürlich Rasen mähen. Das ist immer die Logik von den Nachbarn. Immer wenn ich aufnehme, die müssen so... Oh mein Gott, Kadex nimmt gerade auf. Ähm, ich mähe mal den Rasen. Mäh mal den Rasen. Mäh. So, ich bin richtig doof gerade. Oh. So, die haben keinen Bogen, deshalb könnt ihr euch gerade nichts anfangen. So, Bruder. So. So, die wollen mich gleich runterkicken. So, ich mach mal so. Zack. So, dann kann ich jetzt auch gleich nicht mehr... Nein! Bitte! Oh Gott, Alter. Es ist immer so klar, dass die immer auf mich drauf gehen. Bin ich mir doof einfach. Ich bin richtig dumm. Ich wusste, dass es passiert. Aber ich hab irgendwie gedacht, die sind dumm. Ich dachte ohne Scheiß, die sind dumm, ne? Aber... Oh Mann, Alter. Es ist so richtig scheiße. Ich hasse, dass ich nicht sterbe. Ich kann zwar sterben, aber... Nicht, wenn ich so richtig gute Sachen habe. Jetzt muss ich wieder zwei Jahre Gold sammeln und... Schluck auf. Oh, ich hab Schluck auf. Oh Mann. So. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich mach mir jetzt mal einen Stock einfach, ne? Stock. Zack. So. Ich hasse meinen Nachbarn. Ohne Witz. Das ist so ein Scheiß einfach. Ich hoffe, man hört das jetzt im Video. Und nicht diese ganzen Rasenmäherei-Ding da... Ich hab keine Lust, die Aufnahme jetzt nochmal neu zu machen. Nur wegen einem Rasenmäher. So. Äh... Machen wir einen Eisen. Ich bitte sag mal hier. Eisen. Eisen. So. Gut, wir gehen jetzt in die... Andere Base von denen. Und geh jetzt einfach nur drauf. Ich hab jetzt zwar leider keine... Kein Bogen mehr, ne? Aber das macht jetzt nichts. Aber hier gibt's noch etwas Eisenbahnen. Ja, komm ich mal mit ganz schnellen Bogen. Dann kann ich von Weitem auch nur angreifen. Zack, 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 zack. Tralala, tralala. Komm. Jetzt gehen wir mal drauf hier. Los. So. Ein Bogen. Das war ein Bogen auf jeden Fall, Leute. Ein richtiger Bogen war das. Zack. Machen wir jetzt einfach mal so. Ich gönne mir jetzt mit den ganzen Eisenbahnen kurz was. Weil ich muss jetzt ganz schnell mal drauf gehen. Und zwar mach ich mir jetzt nochmal schnell ein Feuerzeug. So. Jetzt gehen wir mal drauf hier, ne? Die dürfen bloß nicht in die... Ne, 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 ne. Och, ne. Komm bitte, sag nicht da. Okay, sind wir noch zu dritt. So. Der darf bloß keine Goldbogen bekommen. Sonst bauen die sich auch irgendwann mal gleich. Eine. So. Schade, ey. Hätte ich mir lieber einen Bogen gemacht. So, den haben wir. So, jetzt aber. Komm. Gehen wir mal drauf hier. Und... Bett wurde abgebaut. Und... Den Rest übernehmen wir. Den Rest übernehmen wir. So. GG. Oh, wir haben gewonnen. Endlich. Nach zwei Runden, die ich aufgenommen hab. Haben wir gewonnen. Zwar gab's dir ab und zu mal die ganz kleinen Rages. Aber, ähm... Ja. Das gehört sich auch in meinem Spiel, ne? Ich hoffe, dass RTL jetzt bloß keine Reportage über mich macht. Und dass ich jetzt ausgerastet bin. Ähm... Ja, das macht jetzt nichts. Aber auf jeden Fall würde ich mich bei einer Bewertung sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ciao.